Hallo und herzlich willkommen zurück bei Days Gone. Hier haben wir dann einen Niro-Stützpunkt. Irgendwie machen wir eigentlich nur noch Niro-Stützpunkte, ne? MME Sicherungskästen. Wenn ein Niro-MME eine Sicherung braucht, findest du Ersatz im Niro-Kontrollpunkt. Verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Da ist er. Jetzt können wir erst mal den Scheiß wegmachen. Und dann müssen wir vorne auch noch zum Eingang gehen. Aber wie wir ja mittlerweile wissen, sind diese Arschloch-Dinger überall. Moment mal. Nein, nicht hier lang. Ja, lass mich erst mal das Zeug hier machen. Hä? Da unten ist Benzi? Hä? Fahre zur Position. Kopfgeld. Ah, bellknapp. Campjob, Niro-Kontrollpunkte, Infizierung, Hinterhalt, Camphorte, Niro-Forschungsanlage. Was? Niro-Kontrollpunkt und Niro-Forschungsanlagen sind unterschiedlich? Tourismus-Sammelobjekt, unentdeckt, unentdeckt. Okay, das Scheißgebiet ist schon groß, ne? Jetzt frage ich mich, ist das schon alles? Ne, warte, da unten geht es noch weiter, ne? Ich kann da bloß noch nicht runter, weil ich da noch nie war. Hm. Warte mal, was soll ich jetzt... Taka und Eika im Hotel Springs Camp. Oh. Oh, das hätte ich fast vergessen. Da oben ist auch noch eins. Was für ne Scheiße. Ist das die Sicherung? Ja, tatsächlich. Ha, eine Sicherung. Ja. Bisschen Schrott noch mitnehmen. Ah, warte. Oh, er hat sie nicht zerlegt. Maximale Haltbarkeit. Okay. Ach, jetzt kann ich sie reparieren, hä? Hm. Einerseits trägt sie ja dazu bei, dass das dann besser funktioniert. Ah, der Generator hat keinen Sprit. Nimm mal das gleiche. Das ist auch. Da ist irgendwo ein Viech, oder? Uh, da oben kommen sie. Ah, jetzt ist er vor da. Na bitte. Was mir langweilig. Ja, aber das ist doch ein Witz, dass die jetzt alle daherkommen. Ah, gutes Timing. Fertig. Mehr gibt's ja hier nicht. Das da ist damit verbunden und das da ist damit verbunden. Ist hinten dran noch irgendwas? Nett. Okay, dann können wir es ja jetzt eigentlich starten. Hier ist wenigstens geordnet, ey. Grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Grünes Licht ist immer gut. Dein Strom. Ach, Scheiße. Achso, ja. Ah, hier war die Sicherung. Oh ja. Jetzt sind wir im Geschäft. Na, das sollte klappen. Na, also, mal sehen. Na, mach zu. Ah, ein Mikrorekorder. Ah. Ups, Entschuldigung. Und weiter geht's. Okay. Maaam, gehen Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Wir werden... Wir warten seit zwölf Stunden hier. Ich habe zwei kranke Kinder hinten drin. Wir, wir brauchen... Wir haben kein Wasser. Wir brauchen nur etwas Wasser. Maaam, gehen Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Jetzt. Betty, musst du noch was erfluschen? Okay. Gib sie ihr. Gib sie ihr. Danke. Okay. Gehen Sie zurück zum Fahrzeug. Ja. Weit, weit. Okay. Vielen Dank. Tut mir leid. Wirklich. Jesus. Was soll das denn, was ist los? Ich... hab Sie angewandelt. Was? Sie lassen niemanden mehr durch. Das Flüchtlingslager ist voll. Nein. Was sollen wir jetzt machen? Macht, was ihr wollt. Aber ich möchte meinen... Hast du einen Plan? Wovon redest du da? Ich verstehe nicht. Nein! Nein! Was? Hä? Was? Oh mein Gott. So viele Menschen. Wie Busa gesagt hat. Was ist das für ein Ende? Von den Kontrollpunkten eingekeilt. Bis der Tod kommt. Scheiße. Aber wenigstens haben wir noch so Nido-Dinger. Ah, ein Hero-Ejektor. Genau das, was ich brauche. Ähm... Brrrr... Mehr Aus... Mehr Energie? Mehr Ausdauer? Mehr Ausdauer? Mehr Ausdauer, hätte ich gesagt. Ich hab's jetzt schon ein paar Mal gemerkt, dass ich... Das ist genau die Ausdauer. Das Ende der Welt. Ich muss so viele Nido-Informationen... Oh, das haut ganz schön rein. Aufm Schrank. Achso. Hä? Ich verstehe das mitm Waffenschrank immer... Ich kann pennen? Ah, deswegen dieses ZZ immer. Oh Scheiße. Okay, wir pennen doch eine Runde. Benutze eine Pritsche an einem sicheren Ort wie Bunker oder dem Versteck, um zu schlafen und die Zeit voranschleiden zu lassen. Einige Herausforderungen wie Infizierungen können je nach Tageszeit anders angegangen werden. Außerdem kannst du deine Fortschritte in der Nähe deiner Pritsche speichern. Ich werde eine Weile meine Augen schließen. Gut, man muss dazu sagen, der hat auch schon lange dabei gepennt, ne? Weil wir das Feature jetzt erst entdeckt haben. Und schon wieder bereit. Hä? Also es sind auf jeden Fall noch irgendwelche Gegner da. So, auf, rauf aufs Bike! Oh, ich pack mein Handy wieder mit meinem... Ding rum. Mit meinem Soundzeugs. Warte, das ist ein ganzes Dorf. Boah, das ist ein Dorf. Shit. Shit. Hm. Schnellreise gesperrt. Beseitige Infizierungen, um dieses Ziel zu bereisen. Aber hatte ich nicht Schnellreise? Nebenmission auch schon. Jagd auf Leon. Ah, jetzt riss das weg. Oh, mein Storys. Was hab ich denn für Storys eigentlich? Oh, mein Storys. Ohhhh. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Ich wusste ganz, wer so verdammt nochmal eigentlich Albares war. Ich schätze ich glaube später weder und weich halt dann die anderen. Ist das? Du musst ja nicht mal anfangen damit Doch mal das ist dann nicht wieder zu Ah ja stimmt es war ja ein neuer Tunnel Okay wir sollten eigentlich relativ zügig wieder hinkommen Sorry dass wir jetzt so viel wieder zurückfahren müssen in den ganzen Scheiß Aber es ist ein bisschen vor den Missionen und so ein bisschen beschissen aufgebaut muss ich ehrlich sagen Hoppala die sind ja immer noch da So da rund 500 Meter noch und dann können wir den ganzen Scheiß wieder zurückfahren Wobei wir aber auch gesagt haben wir sollen dann mal wieder zum Camp zurück Was ist das blaue da? Na gut wo? Hä? Weiter geht's Was ist das? Okay was haben wir denn da? Aha Ich weiß gar nicht was abgeht gerade Da Ah ne ist bloß was zum mitnehmen Okay schauen wir uns mal um Wir halten Wasser voll nicht hochgelegt Verdammt nochmal Scheiße Weiter weg Achso Ach Gott da drüben ist doch Blut oder? Oh scheiße Was ist denn hier passiert? Na ja vielleicht sollte ich mich mal umschauen Na also Oh fuck Das könnte gefährlich werden Ich kann mir erzählen dass sie hier draußen geschlafen hat Oh ne ist das die die wo ich freigelassen habe? Oh 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 glück ab Okay 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 Ah da hinten ist ein Menschenlager Achso ich kann dann halt so einfach irgendwelche speziellen Sachen aufstöbern So kleine Camps oder irgend so nen Scheiß oder wo halt irgendwo was passiert ist Und die alte war scheinbar so schlau Hat außen gepennt Ist sowieso auch schon angefallen worden Zurück zu ihrem Ding und ist dann einer gefressen worden Oh oh Ui Gott Leon was für ein Bixer ey Gut das wir das erschossen haben Es war auch die erst die gute Tat in dem Spur von uns Soll ich sie denn jetzt herstellen und die dann anzünden? Ruhe in Frieden. Sie kriegen dich nicht. Sie war eine von uns. Jagd auf Leon. Leon ist ein Drogentieb und Mörder und auf dein Kopfgeld ausgesetzt ist. Jetzt hat Fahre zu der Position. Osa, hörst du mich? Ja, Deak. Ich hab's geregelt. Das mit Everest. Danke, Bruder. Sie hätte dasselbe getan. Das hätte sie. Okay, gegen Ende. So, Story-Mission. Aktiv. Was haben wir noch? Infizierungsbeseitigung. Trifft dich mit Tucker und Alka im Hotels Fort Springs Camp. So ein Auswellen. Okay. So, jetzt machen wir. Jetzt geht's aber hin. Der Weg ist ja im Prinzip frei. Oh, das Benzin ist ja schon wieder teilweise aus, ne? Fuck. Fork. So ein Fork. So ein Fork. Hä? Hm. Keine Ahnung, was es jetzt sollte, aber. Oh, hoppla, die haben jetzt bestimmte Probleme mit mir. Tschüss. Nein, nein, nein. So, eure Freunde, da haben sie sich mit mir angelegt. Ich habe das Gefühl, sie sind so... Oh, 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 oh. Ist da immer noch die Arschloch-Worte? Ah, die wohnen da oben. Hey Leute, was geht so ab, man? Die Maschine ist auch ziemlich im Arsch, sehe ich gerade. Warum denn das schon wieder? Ja, okay, ihr könnt vielleicht damit... Fuck. Ne, ich muss weiter, ich kann da nicht warten. Alter, war ein schöner Benzinkanister, ey, aber... Ja. Mein Benzin ist bei, Alter, mein Benzin ist bei, Alter. Neu. Oh nein, mein Benzin ist leer. Äh, los, 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 los. Ja gut, das hat keinen Sinn. Fuck, hat er mich halt doch nur erwischt, die kleine Drecksau. Fuck, was ist jetzt dahinter? Ipka-Technologie. Warte, 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 da ist noch Benzin. Kann ich das eigentlich noch benutzen? Oh, das Ding leer. Ich will mal wissen, ob die unendlich voll sind. Oh, dann mal los. Scheinbar ernsthaft, hä? Das war's. Stell mir mal... Warte mal. Zack. Schön hier ab. Dann wissen wir auch immer schön, wo Benzin vor uns ist. Und jetzt geht's rock'n'roll, Bitches. Müsste Musik noch machen können. Das Infizierten ist, lass'n wir mal. Jetzt muss das infizierte Gebiet hier noch ausräuchern. Hey, so. Was? Oh, oh. Ja, greif ihn an. Oh, scheiße. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, ist das bitter. Weil ich immer noch nie in einem Dreckscamp war. Ah. Und schnell ist die Karre halt auch nicht, ne? Ich bin dran, halt durch. Du wirst es hier draußen nicht schaffen. Ich weiß, wo ein Camp ist. Wo? Wo? Ich geh. Ich geh hin. Koblenz Camp. 500 und 100 Dollar. Oh, scheiße. Ich wollte ja eigentlich bloß Sachen einsammeln. Was haben wir denn hier? Ach, Benzinkanister. Nein. Ich schaue jetzt vor der... Oh, das ist eigentlich genau gleich. Passt. Und wie schaut's hier aus? Ich kann nicht brauchen. Im Autokofferraum ist noch was? Vorschlag haben wir. Alles klar. Hier steht. Hier steht. Hier steht. Hier steht. Hier steht.